Hallo ihr Lieben, ich möchte euch die neue Lampe des Quartals zeigen, die ihr ab dem 1. Mai mit 10% in den ganzen Monat Mai bestellen könnt. Schaut auf sichereduftlampen.de, da findet ihr sie. Sie hat einen wundervollen Namen, sie heißt Rainbow und ich habe auch schon den ersten Abnehmer natürlich dafür. Ich zeige es euch mal, es ist ein Elementwärmer, das ist die Schale dazu, auch wie ein Regenbogen und auf der Rückseite seht ihr hoffentlich die 4. Das heißt auch hier können bis zu 4 Wachswürfel in die Lampe, ohne dass sie euch überläuft. Das ist eine Keramikschale, die Elementwärmer werden immer einen Ticken wärmer als die Glaslampen. Das liegt an der Heizplatte, dadurch habt ihr aber auch ein bisschen intensiveren Duft. Genau, ich zeige es euch erstmal von hinten. Hier kommt die Schale drauf. Also ihr tut das Wachs in die Lampe, in die Schale, tut die Schale hier drauf und dann macht ihr sie an. Ich zeige es euch jetzt erstmal ausgeschalten, das ist unsere Rainbow. Genau, ich zeige es euch nochmal genauer. Hier hinten sind noch LEDs drin, das seht ihr gleich, wenn ich sie anmache. Hier seht ihr die Heizplatte, wo die Schale draufkommt und an der Seite habt ihr einen kleinen Knopf zum An- und Ausschalten. Und so sieht sie aus, wenn sie an ist. Ich finde sie super schön. Richtig fröhlicher, schöner Regenbogen. Also ich denke, das wird die nächste Nachtlampe für die Kinder. Finde ich super schön. Diese bunten Farben macht ein ganz, ganz softes Licht. Also ich finde die echt richtig, richtig schön, richtig gut gelungen. Gibt es ab dem 1. Mai zu bestellen mit 10% Rabatt. Schaut auf sichereduftlampen.de. Da findet ihr sie. Unsere neue Lampe des Quartals. Rainbow. Genau, das wollte ich euch mitgeben jetzt für den Freitag. Auch wenn wir heute keinen Regenbogen sehen. Macht euch nichts draus. Wichtig ist, dass ihr die Sonne im Herzen habt. Und ich denke, das habt ihr. Und ich wünsche euch jetzt einen ganz tollen Freitag. Passt auf euch auf. Bis dann. Ich verdufte. Ciao.